Was ist denn das? Wo sind die Schafe? Wo sind denn die Schafe? Hast du dich herangetraut, Cecilia? Guck mal, ganz dicht. Feine Mädchen. Prima. Aber noch viel schöner, was kurz vorher war, da hat nämlich Cecilia das erste Mal mit Rosi gespielt und ist ganz kurz mit ihr gerannt und hat Schnauzenkontakt und richtig schön. Ganz kurz, aber immerhin. Das erste Mal. Ich bin so glücklich. Und die Rosi auch, die hat das toll gemacht. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Schafe an und dann reicht es hier heute.